Nicht mehr ganz eine Woche, bis wir Nahida in Genshin Impact bekommen durch den Patch 3.2. Sie ist der vierte Archon, der ins Spiel kommt. Und ich glaube, es ist irgendwie nicht übertrieben, wenn man denkt, mit dem Dendro Archon kommt der vermutlich auch bis dahin stärkste Dendro Charakter ins Spiel. Denn schauen wir einfach mal zurück, was wir an Archons bekommen haben mit Venti, mit Zhongli, mit Raiden. Die drei Top Charaktere sind, die man in sehr vielen Comps spielen kann, die in dem, wofür sie im Spiel sind, halt mit zu den Besten gehören. Was Kontrolle bei Venti angeht, was Schutz bei Zhongli angeht, was Schaden, was Aufladerate des ganzen Teams und so weiter angeht mit Raiden. Also erwarte ich mit Nahida jemanden, der oder die Dendro Reaktion natürlich boostet, die sehr gut Allgemeinreaktionen boosten, was Elementarkunde angeht und so weiter. Von daher schauen wir uns mal einfach mal ihr Kit an, was von Horeoverse jetzt angekündigt wurde oder halt zumindest mal ein bisschen vorgestellt wurde. Und am Ende schauen wir mal wieder oder werfen wir einen Blick auf potenzielle Bildmöglichkeiten für sie. Welche Waffen, welche Artefakte, welche Stats für sie vermutlich in Frage kommen werden. Okay, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und lasst uns einfach mal loslegen. An der Stelle muss man ganz klar sagen, Happy Birthday, Nahida, denn sie hat Geburtstag am 27. Und ja, welches Datum ist heute? Es ist der 27. Also sie haben sich das wohl aufbewahrt für ihren Geburtstag, einfach all ihre Informationen rauszuwerfen. Also an der Stelle schon mal Happy Birthday. Vergesst nicht, ihr zu gratulieren. Dann welcher Materialien braucht ihr für sie? Das seht ihr einmal hier. Und wir haben halt unter anderem ein Fragezeichenmaterial. Also erstmal ganz kurz hier die Dinge. Rennt schon mal los und sammelt die. Ich glaube, die hängen an Bergen. Ja, also ich glaube, das wird nicht so cool sein, die zu farmen. Muss ich auch noch machen. Aber ihr könnt schon mal loslegen. Und dann klatscht sehr viele Pilze. Und wichtig ist natürlich, dass wenn ihr die Pilze klatscht, dass ihr zum Beispiel kein Feuer und kein Elektro im Team habt. Sonst bekommt ihr das andere Material raus. Also rennt am besten mit Hydro, mit Geo, mit Dendro irgendwie rum. Und klatscht dort die Gegner, damit ihr halt diese Materialien bekommt. Das ist die Dendro-Hypostase, die wir bekommen. Und hier ist ein Fragezeichen. Also das für die Talente. Also es ist ein offenes Geheimnis. An der Stelle würde ich einfach mal behaupten, dass wenn hier schon ein Fragezeichen ist, es ist keiner der bekannten wöchentlichen Bosse. Das bedeutet, mit dem nächsten Patch bekommen wir einen neuen wöchentlichen Boss, von dem wir die Mats fahren müssen. Also wird es sehr, sehr lange dauern. Wochen wird es dauern, bis wir Nahida die erste Krone geben können. Allgemein vor allem halt irgendwie drei Kronen. Kommen wir zu den Talenten. Und hier sehen wir jetzt einmal ihre Standardangriffe und ihre aufgeladenen Angriffe. Wir sehen hier einmal, die Animationen sehen richtig cool aus, als würde sie so, ja ich will nicht sagen tanzen, aber sie jumpt halt so ein bisschen auf der Stelle. Und das ist halt die Charge-Attack. Sieht ganz, ganz cool aus, meiner Meinung nach. Andere besondere Dinge gibt es da nicht, von daher das können wir auf jeden Fall überspringen. Das ganz normale Basic und Charge-Attack. Dann kommen wir zu ihrer E. Und ihre E haben wir hier jetzt einmal gesehen. Scheint einmal einen Einmal-Drück-Modus zu haben und hier einen Ich-Halte-Gedrück-Modus. So, sie drückt einmal, sie trifft die Gegner, sie hält gedrückt. Sie kann schön anvisieren, als würde sie ein Foto schießen von den Gegnern. Sie hält sogar die Hände, die Finger genau so in der Position. Ganz, ganz witzig. Und dann könnt ihr Gegner markieren. So, was es alles ganz genau bedeutet, lesen wir uns gleich durch. Was sehr auffällig ist, sie trifft die Gegner mit der E, sie macht Schaden mit der E, aber sie generiert keine Partikel. Das ist sehr interessant. Und das passiert halt erst dann im Nachhinein. Und wir sehen aber auch, dass einmal drücken, 1300 Damage gedrückt halten, 1800. Es macht also auch mehr Schaden. So, dann gehen wir mal in den Text rein. Kennerin aller Tricks, so heißt die E. Entsendet von Nahidas Seite karmische Bünde aus Pflanzen, die Dendroflächenschaden verursachen. Und bis zu acht getroffene Gegner mit dem Samen von Skanda markieren. Das heißt, diese Markierung hier, wenn sehr viele Gegner auf einen Flex sind, könnt ihr mit der E einmal drücken und ihr markiert sie. Oder ihr markiert sie, indem ihr halt gedrückt haltet zum Anvisieren. Und dann können es bis zu acht Markierungen sein. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Beim Gedrückt halten nimmt diese Fähigkeit einen anderen Modus an. Haben wir oben gesehen. Gedrückt halten. Startet den Zielmodus, indem man in einem bestimmten Bereich eine bestimmte Anzahl an Zielen auswählen kann. In diesem Modus wird Nahidas Unterbrechungswiderstand erhöht. Sehr, sehr gut. Weil man dann halt wenigstens beim Anvisieren nicht durch die Gegend geballert wird. Sobald nicht mehr gedrückt gehalten wird oder der Zielmodus eine Höchstdauer erreicht hat, wird den gewählten Gegnern Dendroschan zugefügt und sie werden mit dem Samen von Skanda markiert. Also dasselbe wie beim Eimer drücken. Der Zielmodus hat eine Höchstdauer auf den fünf Sekunden und es können bis zu acht. Also genau dasselbe. Also ihr könnt genauso gedrückt halten oder Eimer drücken. Es sind acht Gegner, die markiert werden können. Wenn ihr gedrückt haltet, könnt ihr halt einmal auch euch im Kreis drehen und halt wirklich alle Gegner in einem größeren Radius markieren. Das ist ein sehr kleiner Radius, wenn ihr Eimer drückt. Wenn ihr gedrückt haltet, könnt ihr sehr viel mehr Gegner über einen größeren Radius halt markieren. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Die E geht aber noch weiter, okay. Das ist jetzt erst mal nur die erste Facette und wir haben gesehen, wir generieren keine Partikel. Wie generiert sie denn jetzt Partikel? Und jetzt schauen wir einfach mal hier auf die Animation. Wir sehen, ja sind die Gegner hier markiert. Jetzt kommt da ein anderes Element mit dazu, womit halt auch reagiert wird. Dann passiert natürlich die normale Reaktion. Und in dem Moment kriegen die Gegner aber halt auch hier Dendro-Schaden. Ja, also sie kriegen nicht einfach nur Blitz, sondern sie kriegen ebenfalls Dendro-Schaden. Und das ist der Moment, wo Partikel generiert werden. Ich denke, es ist einfach nur ein Zufall, dass wir hier drei Gegner haben und auch drei Partikel generiert werden. Ich kann mir nicht vorstellen, das wäre ziemlich krass. Schade, dass sie es nicht dargestellt haben. Ich würde es viel besser finden, wenn hier vier Gegner gewesen wären und wir kriegen drei Partikel. Dann wüssten wir, wir kriegen drei Partikel. Ich denke nicht, dass wenn wir acht Gegner markieren, wir von jedem Gegner einen Partikel bekommen. Acht Partikel, acht Dendro-Partikel wäre viel zu viel und gibt es so in dem Spiel auch nicht. Ich glaube, das Höchste, was ich mal gesehen habe, sind vier, die von einer Fähigkeit generiert werden. Also von daher, ich denke, drei Dendro-Partikel ist schon das Maximum, was man bekommen kann, wenn die Gegner Schaden erleiden hier durch die Reaktion. Aber gehen wir mal in den Text rein. Verkettet Gegner, die mit dem Samen von Skanda markiert wurden, innerhalb einer bestimmten Distanz miteinander. Das heißt, selbst die Gegner, die markiert sind, ihr seht, hier ist so eine Linie zwischen den Gegnern. Ähnlich wie bei Jaimiko zwischen ihren, ich sag mal, Türmen, sind auch hier die Gegner miteinander verlinkt. Und das ist irgendwie ganz cool. Nachdem an einem mit dem Samen von Skanda markierten Gegner Elementar-Reaktionen ausgelöst werden oder nachdem diese Gegner durch diesen Dendro-Kern, kennt man ja, einschließlich Flammespross oder Supraspross, Schaden zugefügt wurde, wird ihm und allen mit ihm geketteten Gegnern die dreifache Karma-Läuterung, also dreifache Karma-Läuterung, so heißt, glaube ich, die Fähigkeit einfach nur, was da passiert, und basieren auf Nahidas Angriff und Elekunde, das heißt, das ist sehr wichtig für sie, um ihren Damage jetzt zu kalkulieren, Dendro-Schaden zugefügt. Und ich finde diesen Zusatz hier sehr, sehr nice, ne, dass hier halt wirklich steht, nachdem an einem mit dem Samen von Skanda markierten Gegner Elementar-Reaktionen ausgelöst wurden, ja. Also, das heißt, die könnten jetzt ein bisschen weiter auseinander sein und der Ether hier trifft nur den einen, alle würden Schaden nehmen. Und das ist cool, wir sehen wirklich, dass bei allen, das Ding ist auch hier wieder einfach nur schlecht dargestellt, Ether trifft halt einfach alle mit seiner E, schade einfach nur. Ich würde es auch hier cooler finden an der Animation, dass man vielleicht nur einen einzigen trifft und man sieht, was passiert mit den anderen. Auch hier einfach nur, finde ich, sehr schlecht dargestellt. Kanroio wird es auf jeden Fall noch besser, aber auf jeden Fall ist es cool, dass man an einem Damage machen kann und alle kriegen halt Damage, wenn die miteinander verkettet sind. Sehr coole Fähigkeit, meiner Meinung nach. Innerhalb eines kurzen Zeitraums kann die dreifache Karma-Läuterung nur einmal ausgelöst werden. Das spricht für mich oder bedeutet für mich, dass es ähnlich ist wie die Blume von Albedo. Ihr setzt die Blume und alle, ich glaube, zwei Sekunden kann die Blume triggern und Damage zufügen. Und hier ist es genauso. Alle paar Sekunden könnt ihr, wenn ihr Reaktionen triggert, diesen Dendro-Schaden halt triggern von Nahida. Das heißt, das ist Nahidas eigener Schaden und ihr habt alle paar Sekunden, habt ihr Schaden oder beziehungsweise habt ihr Partikel-Generation. Ihr habt Schaden und Partikel-Generation alle paar Sekunden. Das ist ziemlich krass, weil das würde bedeuten, dass Nahida wieder sehr, sehr schnell ihre Ult bekommt oder allgemein das Team sehr gut mit Partikel halt supportet. Und selbst wenn das jetzt Dendro-Partikel sind, bedeuten die zwar weniger Energie für Charaktere, die halt von anderen Elements sind, aber dennoch sind das Partikel. Das klingt ja erstmal ziemlich krass. Also wenn da drei Gegner sind oder allgemein und sie generiert jedes Mal drei, wenn es acht Gegner sind, sie würde pro Gegner acht generieren. Das ist total übertrieben. Das klingt für mich aber richtig heftig. Also ich bin gespannt, wie sich das dann im Spiel anfühlt und wie sich das dann wirklich herausstellt, wie viele Partikel es sind, ob die Partikel bei jedem Tick sind. Stellt euch vor, alle zwei Sekunden, alle drei Sekunden würde das Ding explodieren und würde euch drei Partikel einfach so ins Gesicht werfen. Das ist übertrieben. Das ist wirklich übertrieben. Das ist wirklich krass. Da bin ich sehr gespannt. Also das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und dass halt ihr Damage auch auf Angriff und Elementarkunde halt skaliert, finde ich auch sehr, sehr nice. Weil sie dadurch halt nicht nur Reaktionsschaden erhöht durch die Elementarkunde, sondern auch den allgemeinen Fähigkeitsschaden ihrer E. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Jetzt kommen wir zu der Ult, die natürlich erstmal komplett insane aussieht. Guckt euch das mal an. Warten wir nochmal eben, bis sie es castet. Zack, Animation, mega nice. Und hier entsteht so ein riesiger Dome. Was fällt auf? Es fällt auf, dass sie diese Animation nicht an Gegnern demonstrieren. Das bedeutet für mich, das Ding macht keinen Schaden. Ihre Ult macht keinen Schaden. Ihre Ult baut einfach nur diese Kuppel auf, in der ihr euch drin bewegen könnt. Diese Kuppel ist riesig. Guckt euch mal diese Reichweite an. Das ist gefühlt eine ganze Domain. Ein ganzes Stage im Abgrund, im Abyss. Also das heißt, Damage nur E. Nur ihre E macht Damage. Ihre Ult macht keinen Schaden. Ihre Ult generiert eine Kuppel. Was macht die Kuppel? Lässt den Palast der Träume... Okay, das ist ein Palast. Keine Kuppel, das ist ein Palast. ...Form annehmen und entfaltet den Schrein von Maya. Löst, während der Schrein entfaltet ist, die folgenden Effekte, je nach den Elementartypen, der in der Truppe vorhanden Figuren aus. Jetzt kommt es darauf an, was für eine Komp ihr spielt. Habt ihr Pyro-Charaktere im Team, passiert folgendes. Erhöht, während sich Nahida im Schrein von Maya befindet, den Schaden durch die dreifache Karma-Leutung der Elementarfähigkeit, keiner in aller Tricks. Da sieht man auch schon, dass ihr ganzes Kit sich um, oder wenn es um Schaden geht von Nahida, dreht sich alles um ihre E. Und um diese Markierungen der Gegner und um die Explosionen, so gesehen, nachdem man Reaktionen auf die Gegner zugefügt hat, während die markiert sind von der E. Wenn ihr Pyro jetzt im Team habt, macht ihr mit dieser Fähigkeit einfach mehr Schaden. Klingt ganz cool. Elektro verringert, während sich Nahida im Schrein von Maya befindet, das Intervall des Auslösens der dreifahren Karma-Leutung, der Elementarfähigkeit, keiner in aller Tricks. Auch krass. Dadurch könnt ihr massivst euren DPS erhöhen. Nehmen wir nochmal, wie gesagt, als Beispiel. Ihre E triggert normalerweise alle 2 oder 3 Sekunden. Keine Ahnung. Ryovers sagt uns das ja nicht. Alle 2 oder 3 Sekunden. Jetzt habt ihr Elektro-Charaktere im Team und bumms. Das Ganze wird reduziert. Nicht mehr alle 2 oder 3 Sekunden, sondern vielleicht nur noch alle 1,5 Sekunden. Und dadurch wird doch automatisch eure DPS erhöht. Klingt sehr, sehr nice. Und neben DPS-Erhöhung kriegt man auch mehr Partikel. So wie es zumindest gerade aussah. Klingt sehr, sehr nice. Okay. Machen wir weiter. Hydro verlängert die Dauer des Schreins von Maya. Das heißt, die Ult hält einfach noch länger. Das heißt, man wird noch länger gebuft. Beziehungsweise ihre E wird noch länger gebuft. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Verstärkt den entsprechenden Effekt, wenn sich beim Entfalten des Schreins mindestens 2 Figuren der oben genannten Elementartype in der Truppe befinden. Okay. Das heißt, diese Dinge, diese Buffs werden 2 Versionen haben. Habt ihr 2 Pyro-Chars im Team, ist der Damage noch krasser. Habt ihr 2 Elektro-Chars im Team, ist diese Reduzierung des Damage-Intervalls noch krasser. Vielleicht kriegen wir es richtig hart runtergepusht. Klingt sehr nice. Und wir können die Ult noch weiter verlängern, je mehr Hydro-Chars wir im Team haben. Ihr seht, kein Kuyo, kein Anemo, kein Dendro spielt null Rolle bei dieser Ult. Also drückt für mich Nahida auch wieder so ein bisschen in so eine gewisse Nische und sagt einfach nur, okay, wenn du Nahida, wenn du Dendro spielst, lass die anderen Elemente am besten direkt raus aus dem Team. Haben dann nichts verloren. Zumindest von der Grundidee. Lesen wir weiter, Nahida erhält weiter die oben genannten Boni, auch wenn sie sich inaktiv in der Truppe befindet. Solange die Truppe sich innerhalb des Schreins von Maya befindet. Also auch das sehr, sehr nice. Wir müssen in der Ult bleiben und es ist cool, dass Nahida nicht auf dem Feld sein muss. Leider war es das schon, was die Talente angeht. Und ich muss sagen, an der Stelle, ich bin einfach nur Ultra-Pist. Es ist ja schön und gut, einfach die Talente mal zu sehen. Die Talente hat man schon im Stream gesehen, in zig Präsentationen gesehen, wie auch immer. Ja, also die wird man jetzt bis dahin auch noch sehen. Das finde ich richtig nervig von Hoyoverse. Sie stellen uns das Kit eines Charakters vor, ohne uns die passiven Talente zu geben. Und das regt mich massivst auf. Also vielleicht übertreibe ich auch einfach nur, aber es regt mich wirklich auf. Denn ich würde so, so gerne mit euch Theorycrafting betreiben. Mich einfach nur mit euch offen darüber unterhalten. Dann kommen wieder Leute im Mainstream und reden, ey, hast du Nahidas passive Talente gesehen? Ich habe da ein paar Fragen zu, darf ich nicht drüber reden, weil es Leaks und so weiter. Der Charakter kommt dann nicht mal einer Woche raus. Hoyoverse kann mir nicht erzählen, dass sich noch irgendwas an ihrem Kit ändern wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und selbst wenn, dann schreibt das in die Patch-Notes rein, okay? Warum geben sie mir jetzt nicht einfach diese zwei, drei Talente noch, die passiven Talente? Ich will nicht mal die Konstellation. Die Konstellationen machen nicht das Kit eines Charakters. Sie verändern es natürlich nochmal. Aber das grundlegende Kit, jeden Charakter kann man auf C-0 spielen, ja? Also, um mir eine Grundidee eines Charakters zu bilden, brauche ich die Konstellation nicht. Ich brauche die passiven Talente. Und die passiven Talente von Nahida spielen eine riesige Rolle, wie man sie spielt, wie man sie baut und was für eine Rolle sie noch spielt. Deswegen, wir können leider nicht drüber reden. Finde ich sehr, sehr schade. Wir müssen bis nächste Woche warten. Aber gehen wir dennoch mal in die Bildmöglichkeiten von Nahida und genug gerantet. So, und dafür habe ich euch wieder diese Seite vorbereitet für Nahida. Einfach wirklich als Tipp, nichts, was hier steht, muss genauso eintreten. Sobald der Charakter draußen ist, sobald getestet wurde, werden sich natürlich, ich sag mal, Best-in-Slots-Bilds irgendwie herauskristallisieren, ja? Das ist nur vielleicht so wirklich zur Vorbereitung, ohne dass ich jetzt natürlich diesen Charakter selber testen konnte. Und einfach nur aus der Erfahrung, die man in der Vergangenheit so gemacht hat. Ich denke, sie wird ein Sub-DPS und ein Supporter. Die Talente, wir haben sie eben gesehen, ja? Also, ich gehe davon aus, dass Nahida, dadurch, dass ihre Ult gar keinen Schaden macht, denke ich, wird ihre E schon ein gewisses Damage-Potenzial mit sich bringen. Das sehe ich schon und das ist auch die Art und Weise, was ich aus meiner Nahida rausholen will. Natürlich werden die Skalierungen entscheidend sein, die Talent-Level werden entscheidend sein, die eigenen Stats entscheidend sein, wie hoch der Damage der E gehen wird. Ich gehe aber davon aus, dass wir mit ihr einen sehr guten Sub-DPS kriegen werden. Die Stats, LP, Angriff, Blume, Feder, brauchen wir nicht drüber reden. Den Rest haut da richtig schön Elementarkunde drauf. Geht davon aus, dass dieser Charakter einen Haufen Elementarkunde braucht, geht aber nicht höher als 1000. Lasst euch da schon mal gesagt sein, 1000 EM, das ist die Grenze, ja? Und spielt da rum, spielt drumherum. Guckt, welche Waffe bringt euch in diese Richtung? Welche Artefakte bringen euch in diese Richtung? Wenn ihr über 1000 seid, reduziert vielleicht ein bisschen hier und da und pusht dadurch mehr KT oder Krit-Schaden oder Angriff oder Aufladerate, je nachdem, was ihr brauchen werdet. Denn ihr habt gesehen, ihre E macht Dendro-Schaden. Das heißt, dieser Dendro-Schaden, bin ich mir sehr, sehr sicher, wird kritten können. Der wird kritten können. Das heißt, KT, Krit-Schaden ist nicht verkehrt auf diesem Charakter. Und so viel dazu. Natürlich die Reaktionen nicht, aber ihr eigener Dendro-Schaden schon. Ganz wichtig. Hier ein paar Artefakt-Vorschläge, ein Vierer-Dendro-Set, ein Vierer von dem Set, dem Traum-Set oder halt 2-2, wenn ihr noch keinen Vierer habt. Die beiden Vierer-Sets sind meiner Meinung nach die besten Sets für sie. Ich werde ein Vierer-Dendro-Set spielen. Ich möchte ihren Damage pushen, ich möchte ihren Dendro-Damage-Boost geben und ich möchte den Dendro-Widerstand der Gegner reduzieren, damit sie mehr Schaden macht. Das ist meine Idee. Deswegen gehe ich auf einen Dreier-EM. EM auf der Uhr, auf dem Kelch, auf dem Headpiece. Wenn ihr, und das habe ich euch jetzt einfach mal eingefärbt, Wenn ihr ein Vierer-Dendro-Set spielt, Dendro auf dem Helm, Feuer frei. Wenn ihr ein Vierer von dem Set spielt, dann macht ihr eventuell KT-Krit-Schaden Sinn. Denn gegebenenfalls, je nachdem, welche Waffe ihr spielt, wenn ihr hier EM-EM habt, wenn ihr gute EM-Substats habt, sie wird, ich würde fast meine Hand für ins Feuer legen, EM als Ascension-Stat bekommen. Ja, das heißt, sie levelt hoch, kriegt EM-Stats. Dann habt ihr vielleicht schon zu viel EM. Vielleicht wollt ihr, wie gesagt, wenn ihr diese perfekte, ausbalancierte Nahida wollt mit 1000 EM und ihr spielt dieses Set, dann wollt ihr vielleicht auf KT-Krit-Schaden gehen. Natürlich, abhängig davon, welche Substats ihr so habt, um ihren Damage weiterzuboßen. Testet es einfach, ja. Nur eine Idee, nur eine Idee. Heißt nicht, dass es so kommen muss, dass es so sein muss. Eine Idee, ja. Darum geht es hier gerade. Einfach nur Bild-Ideen zu liefern, was ihr vielleicht testen könnt, um nicht zu sehr nur mit den Scheuklappen durch das Spiel zu laufen, okay. Ganz, ganz wichtig. Das hier, das ist wirklich nur ein Plan B oder C. Wenn ihr sagt, das habe ich noch nicht, dann spielt ihr erstmal sowas, okay. Als Vorschlag. So, ich denke, man braucht sich nicht irgendwie, ist keine Überraschung, wenn man sagt, ihre Signature-Weapon wird ihre besten Slots werden. Das ist keine Überraschung. Von daher, ich habe natürlich kein Bild. Die Waffe ist nicht da. Deswegen kein Bild. Aber ansonsten, das Ding aus Sumido, der Katalysator, klingt sehr, sehr nice für sie. Wenn ihr das Ding noch nicht habt, klickt hier auf den Link. Ich habe ein Video dazu gemacht, wie ihr das Ding bekommen könnt. Der Katalysator, der aktuell im Banner ist, klingt sehr, sehr nice. Ihr seht vielleicht auf den ersten Blick schon, das sind alles Katalysatoren, die Elementarkunde als Substat haben. Ihr habt dazu die Opferrituale, die wirklich den meisten EM-Boost geben von allen Katalysatoren. Ihr könnt dann zweimal hintereinander DE casten, die, meiner Meinung nach, dieser Effekt spielt null. Spielt wirklich gar keine Rolle. Wir haben gesehen, wenn ihr zweimal hintereinander DE castet, dann generiert ihr keine Partikel. Das heißt, davon profitiert ihr mit Opferrituale schon mal gar nicht. Und, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn ihr einmal DE castet, ihr drückt einmal, ihr markiert drei Gegner. Ihr rennt woanders hin, drückt nochmal DE, markiert nochmal drei Gegner. Ich weiß es nicht. Aber ich würde fast behaupten, dass dann die erste Markierung aufgehoben wird und nur noch die neue Markierung zählt. Das wäre natürlich Crap. Das wollt ihr nicht. Ihr wollt so viele wie möglich markieren. Von daher könnte die Opferrituale dennoch alleine von der massiven Anzahl an Elementarkunde, die wir durch die Waffe bekommen, sehr interessant sein. Vielleicht ist sie nicht best in Slot. Who knows. Aber ist ein sehr guter Boost. Illustrationen von Landen klingt aus meiner Sicht auch super interessant. Es ist von allen Waffen die Waffe, die am wenigsten EM gibt. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Dennoch ist es eine Waffe, genauso wie die aus Sumido, an die man sehr, sehr leicht kommt über die Schmiede. Sie gibt einen guten Elementar-Damage-Buff. Das heißt, eventuell kann sie dennoch, auch wenn sie wenig EM gibt, durch den passiven Bonus einen sehr guten Dendro-Damage-Buff für Nahida geben. Und man darf nicht vergessen, wenn Nahida auf dem Feld steht und mit ihren Basic-Attacks angreift, würdet ihr mit der Waffe auch ihre Basic-Attacks verstärken, weil sie einen elementaren Damage-Boost bekommt. Ich finde, die Waffe klingt sehr, sehr gut für sie. Welche Waffe ich hier nicht aufgeführt habe, die man eventuell, vielleicht teste ich sie sogar mal, sind die Landstreicher-Noten, die Crit-Schaden geben. Sie hat keinen EM als Boost und deswegen, ich finde, EM ist erstmal wichtiger, auf ihr zu haben. Irgendwie in diese Richtung der 1000 EM zu kommen, finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Aber die Landstreicher-Noten geben ja auch, wenn man auf sie wechselt und man Glück hat und den richtigen Buff bekommt, sehr, sehr viel EM. Sie kann aber auch sehr, sehr viel Dendro-Schadens-Bonus durchbekommen, sehr viel Angriff bekommen. Klingt irgendwie auch ganz nice, ich werde es definitiv mal testen. Ist aber eventuell erstmal nur so eine Nischen-Waffe. Das erstmal zu den Waffen. Bei den Teams, ganz ehrlich, egal in welchem Team ihr aktuell Kolei spielt, ihr aktuell den Dendro-Traveller spielt, ihr könnt einen von den beiden einfach austauschen. Eins zu eins. Ihr nehmt Nahida rein, eins zu eins für einen von den beiden. Ihr werdet glücklich sein, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich gehe sehr stark davon aus. Ich persönlich spiele diese Elementarkombo sehr, sehr gerne. Also ich werde euch jetzt nicht, jegliche Elementarkombos, es gibt sehr viele Elementarkombos, die ihr mit Dendro aktuell spielen könnt. Ihr habt sicherlich schon ein Favorite, spielt die. Das ist mein Favorite tatsächlich aktuell. Blitz, Dendro, Hydro mit Sino, mit Raiden hier als Elektro in der Position, so spiele ich aktuell. Macht mir unglaublich viel Spaß. Welches Team ich unbedingt testen möchte, ist dieses hier. Chinch-Official und Beidou. So, die drei werden sehr oft in Kombination mit einer Sucrose gespielt oder mit einem Hazel in der Driver-Rolle. So, wir wissen aber, dass zum Beispiel ein Nahida mit der Dendro- und Elektro-Reaktion diese Elemente ultra krass bufft. Das heißt, das kann das Ganze ersetzen und wir kriegen diese ganze Dendro-Reaktion mit den Kernen, die dann explodieren, mit dem Elektro auf die Gegner fliegen, nochmal extra Damage machen. Das würde bedeuten, Nahida hat in diesem Team eine sehr hohe Field-Time. Ihr zündet die Ult, die E, die Ult von den drei Chars. Ihr wechselt auf Nahida, ihr macht eure ganze Magie. Ihr seid mit Nahida auf dem Feld, die die ganze Zeit Dendro-Angriffe bringt, wo alles miteinander reagiert und ich stelle mir dieses Team unglaublich cool vor. Ja, das werde ich auf jeden Fall mal testen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaltet unbedingt mal in den Streams ein, denn dort werden wir es auf jeden Fall mal durchspielen. Das klingt für mich sehr, sehr cool. Ich denke, es ist kein Geheimnis, wenn man sagt, Nahida könnte auch ein sehr gutes Support für eine Deja sein in Zukunft, wenn Deja rauskommt. Wir haben gesehen, wie Saino sich spielt, wie eine Nilo sich spielt. Es dreht sich alles um diese Dendro-Reaktionen. Und ich würde meiner Hand viel ins Feuer legen, dass Deja genauso sein wird. Von daher könnte auch für die Zukunft einfach nur Nahida ein Pull wert sein, wenn man auf Deja schielt, um halt dort den perfekten Supporter für sie zu haben. Ich möchte nicht behaupten, dass sie es wird, aber ich gehe davon aus, dass sie es wird. Ein Arcon in eurem Roster zu haben, ist nie verkehrt. Für den ganzen Abyss, für den Content-Overworlds, scheißegal, also wir haben das Ganze jetzt oft genug thematisiert. Aber ich denke, Nahida wird schon ein Pull wert sein. Ich werde sie sogar nur 10-0 pullen. Keine verrückten Sachen, nicht ihre Waffe pullen. Keine Konstellation. 10-0, Abfahrt, feuerfrei, Spaß haben mit dem Charakter und ein paar neue Coms ausprobieren. Das soll es für das Video gewesen sein. Es ist ein bisschen länger geworden als geplant. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem einen guten Überblick über Nahidas Talente geben, über meine Ideen, wie ich sie so sehe, über meine Bildideen. Vielleicht bringen sie euch weiter. Fangt auf jeden Fall an zu farmen, denn ihr habt keinen Bock, nächste Woche erst mit den Lotussen anzufangen. Denn dort müssen wir anfangen, die Gepostase zu farmen. Leute, viel, viel Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.